Mobile Bandsägen im stationären Einsatz. Ein Trend. Bei den Wimmer-Bandsägen haben mittlerweile über 70% der verkauften Maschinen einen festen Standort. Ob Möbelhersteller, Bauholzsäger oder Parkettproduzent, Maschinenbauer Zenz hat sich auf die Bedürfnisse stationärer Anwender eingestellt. Um unsere eigene Möbelfertigung zu versorgen, brauchten wir kurzfristig eine Maschine und haben uns dafür eine Wimmer-Säge entschieden, die innerhalb von wenigen Monaten zu liefern war und die unseren eigenen Bedarf decken kann. Die exakte Positionierung spielt eine wichtige Rolle, nicht nur beim Einschnitt von rotkerniger Buche. Zenz bietet verschiedene Positionierhilfen, darunter auch Kettendreher an. Während im schweren Laubholz Vakuumheber gute Dienste leisten, benötigen Bauholzsäger Mechanisierungen für große Schnittholzmengen. Hier befördert ein Klappenrahmen die fertig geschnittene Ware auf das Rollenband. Mit einem Längsschneider werden zahlreiche Manipulationen überflüssig. Für überzeugte Zenzkunden ist auch die robuste Konstruktion der Wimmer-Säge wichtig. Wimmer-Arbeit nach wie vor allem mit Ketten, weil das ist das hier die Dings von der Positionierung. Das funktioniert immer im Winter wie im Sommer. Die hohe Verfügbarkeit der Zenzsägen ist eine entscheidende Voraussetzung für den stationären Mehrschichtbetrieb.